Wenn das keiner ist, weiß ich es nicht. Das ist auch ein Alu-Lift. Jawohl, das ist ein Alu-Alter. Ah, der fackt aber. Das ist ja was er drauf tun. Das Lohn ist schon gut aufgeblüht. Sehr geil. Das ist echt zu hier, ne? Boah, die ist richtig geil. Da bin ich schon gespannt, beim Recherchieren. Pionierlehrbataillon 1. Schön. Das ist geil. Das war nur eine Frage der Zeit. Das ist eine ganze Frage. Bei dir vielleicht. Die ist sehr schön. Das ist ein bisschen, ne? Das ist nicht weggeschoben. Das ist ein bisschen weg. Das ist ein bisschen weg. Wenn wir noch ein paar Dinge haben. Das geht doch nicht. Was machen wir heute Abendessen? Ich bin mal ein bisschen weggelegen. Ich bin mal eine kleine Erkennungsmarke. Ich bin mal eine kleine Erkennungsmarke. Ich bin mal eine kleine Erkennungsmarke. Zeig mal deine ganze Marke. Noch gut oder zusammengeklopft? Noch gut oder zusammengeklopft? Echt? 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 Ich werde das dann manchmal so glückhaben, weil es so scheiße Gleier durchkommt. Ich werde es so glückhaben, weil es so glückhaben ist. Der hat die Bürste direkt. Schon weg. Das reicht langsam so. Ich habe mich leider geschwätzt. Die ist echt schön, also von der Farbe her. Das ist meine erste Radmarke. In einem anderen Lager hatte ich mal eine Kettel oder irgendwas. Ich hatte sogar mal eine Blanko, eine ganze Blanko-Rate. Wo halt Rad schon eingestempelt war und das M für männlich. Dann gehen wir mal mit der Bisse drüber. Da steht irgendwie P und dann irgendwie Priest oder sowas. G-A-I. Komisch. Das wäre mal was Geiles gewesen. So mit einem Namen oder irgendwas eingeritzt. Freut mich. Ja. Immerhin. Ja. 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 Und wir müssen es aber nicht ganz so artieren. Dann hast du dann noch schön 800 Meter verteilt. Einen nach da geworfen, einen nach oben. Das sieht irgendwie noch gut aus. Ja, glaube ich auch. Das geht dann halt so runter und dann ganz unten. Das ist dann halt so ein Bach, der dann so langsam runter fließt. Das gibt's hier öffnen der Gegend. Das hat rein Wasserfällen und so. Das ist ziemlich cool. Ist das eher hier tiefer drin oder nur weit weg? Weit weg. Über die Straße und dann rein. Ein Foto gemacht. In der Feldflasche ist noch Wasser. Ja, richtig cool, ja. Ein bisschen Schluckelung. Oder Abend bauen wir doch rein. Boah, fast soweit. Wenn wir da mal ein paar schöne Sachen zöhnen. Ja, das kriegst du aber. Das ist auf jeden Fall noch gut zu erkennen vorne. Ja, das ist nicht. Das drehen. Also SN. Ich guck mal. SN. Gibt es nicht. Also hier auf der Seite zumindest nicht. Schiebenschlepperzüge. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Schiebenschlepperzüge. 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 Boah. Schiebenschlepperzüge. Schiebenschlepperzüge. Flieger. Oder? Fliegerersatzbrett herrgern. Fliegerergänzungsbrett herrgern. Ja? Mhm. Ja. Brg. Brg. Ja. Schiebenschlepperzüge. Ich guck mal. Ich guck mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020